Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich biete dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade dieser Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mehr Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bietet für mich. Einmal habe ich eine sehr interessante Unterscheidung zwischen drei Arten von Professoren gehört. Es gibt diese Professoren, die ganz am Anfang ihrer Karriere sind und deswegen, die wissen noch viel, ihnen fehlt noch viel Wissen und deswegen, die unterrichten mehr als das, was sie eigentlich wissen. Dann gibt es andere Professoren, die schon mehr Erfahrung haben und sie unterrichten genau das, was sie wissen. Und dann gibt es die ganz reife Professoren und die unterrichten viel weniger als das, was sie eigentlich wissen. Aber wie kann man wissen, in welcher Etappe befindet sich ein Professor? Also zu welcher Kategorie gehört? Und es ist nicht eine Sache von Jahren, es ist nicht eine Sache von Lebenslauf oder Menge an Veröffentlichungen, sondern es geht um eine andere Sache, wie er die schwierigen Fragen antworten kann. Also ein guter Professor ist in der Lage, eine sehr falsch oder schlecht formulierte Frage gut zu beantworten. Ich weiß es nicht, eine falsch formulierte Frage, wie schmeckt die rote Farbe? Und ein guter Professor ist sogar in der Lage, auf diese Frage eine interessante Antwort zu geben. Was ähnliches passiert im heutigen Evangelium. Da kommt dieser Gruppe der Juden, die sogenannten Sadduzean, mit einem Fall, mit einem sehr komplizierten Fall, aber war auch ein falsch formulierter Fall. Meister Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie alle hinterließen keine Kinder, als die starben. Schließlich starb auch die Frau. Wesenfrau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Ja, die Frage. Und du, Herr, als Meister, nützt diese Gelegenheit, um nicht nur dieser kleinen Gruppen der Juden eine interessante Erklärung über die Auferstehung und den Himmel zu geben, sondern uns allen. Was machst du eigentlich, Herr? Heute schenkst du uns einen kurzen Einblick in die Ewigkeit. Einen kurzen Einblick in die Auferstehung. In dieses großes Geheimnis. Weil die Sadduzier, aber auch viele Menschen heute, denken, dass der Himmel, der Himmel, die Auferstehung, ist nur die Verlängerung von dem, was ich schon heute habe, aber jetzt für immer. Also für immer, für immer, das, was ich jetzt besitze, das, was mir jetzt Freude macht, das, was ich jetzt für gut halte, letztendlich, das ist die, die Ewigkeit. Mehr, mehr, mehr vom Gleichen, mehr von dem, was mir gefehlt, ohne Ende. So wie dieser gute Freund von mir, der sagte, für mich der Himmel, weißt du, was der Himmel ist? Der Himmel für mich wird dieses, einschlafen können und dann wieder wach werden und dann wieder nochmal einschlafen und dann plötzlich wach werden, aber du kannst nochmal einschlafen und so und so ohne Ende, unendliche Male. So eine Vorstellung, vielleicht kann witzig sein, aber irgendwann sind wir satt. Wir wollen was Neues. Und die Frage, die du heute uns herstellst, die Frage ist, die Auferstehung ist für dich was Neues? Und da willst du deine Auferstehung das Gleiche wirst, das Gleiche wird, das Gleiche von dem, was du jetzt hast. Gott vermehrt oder vergrößert das, was wir jetzt haben oder kommt Gott mit einer großen Neuheit und bricht mit dieser Neuheit in unserem Leben ein. Du, Herr, willst unsere Augen heute aufmachen und uns das zeigen. Es geht um was Neues. Es geht um etwas, was du dir kaum vorstellen kannst. Nein, ist nicht nach deinen Vorstellungen. Alle deine Kriterien, alle deine Ideen kommen hier zu kurz. Das ist nicht meine Auferstehung. Das ist nicht der Himmel. Das ist nicht die Ewigkeit. Lassen wir uns von dir her eine Frage stellen. Du, du in deinem Leben, du in deinem Leben jetzt, aber auch später nach diesem Leben, du willst einfach mehr, mehr von dem, was du jetzt besitzt, mehr aber ohne Ende oder willst du meine Auferstehung? Willst du das, was du dir vorstellst oder willst du, dass ich etwas, was du dir kaum vorstellen kannst in deinem Leben, etwas, was ich in deinem Leben machen werde? Das ist meine Auferstehung in dir. Und die Auferstehung muss irgendwie langsam in uns geschehen. die Auferstehung ist etwas, was in uns geschieht. Etwas, was in mir stattfindet, ohne dass das von mir kommt. Ist dein Werk in mir, ist deine Neuheit in mir, bist du her, der was Altes Neues macht, aber nach deine Gestalt, nach deinen Ideen, nach deinen Vorstellungen. Ja, ich will deine Auferstehung und nicht nur die Verlängerung von dem, was ich mag. Ja, die Auferstehung nach diesem Leben, aber ja auch die Auferstehung schon jetzt und dass die Auferstehung langsam jetzt in unserem Leben beginnt, bedeutet, dass deine Neuheit langsam in dem Hier und Jetzt meines Lebens Raum gewinnt. Du kommst mit deinem neuen Leben. Du kommst mit deinen Überraschungen. Du kommst mit deiner anderen Art von Leben. Das ist Auferstehung. Nicht mehr. Ist was Neues. Wie schön sind auch die letzten Worten, die du uns heute schenkst. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ein Gott von Lebenden. Ein Gott, aber auch ein Gott, der lebt. Und weil unser Gott lebt, bringt immer Leben, bringt immer Neuheit zu unserem Leben, kommt immer mit seiner Neuheit und will uns verwandeln. Mein Gott, ja, mein Gott ist ein Gott, der lebt und ich will, dass er weiter in mir lebt. Und ich will, Herr, dass du mit deinem Leben zu mir kommst. Aber nicht nach meinen Erwartungen, nicht nach meinen Gewohnheiten. Herr, ich will nicht einfach mehr. Ich will dein Leben. Ich will deine Auferstehung, ja, nach diesem Leben, aber schon jetzt, dass die Auferstehung langsam in uns wachsen kann, dass deine Auferstehung langsam in uns Raum gewinnt, dass du mit diesem neuen Leben immer mehr Platz in mir finden kannst. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bietet für mich.